einen wunderschönen hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge ftb in finity evolved so jetzt habe ich es hoffentlich mal richtig ausgesprochen und das ist natürlich auch dabei so wir wollen ein bisschen die gegend erkunden aber da hinten sich kühe ich brauche ich krieg gerade selbst angst ich würde es auch haben da ist die kuh ich habe schon gedacht ich meine ich hatte schon selbst von mir angst gehabt dass ich hier die ganzen rotz wird wie es dann mal dunkle dort gemacht hatte toll weißt du ich brauche leder was kriege ich raus beef in welche richtung gehen wir mal richtung sumpf von der anderen richtung sind wir ja gekommen ja das wäre kontraproduktiv so ein bisschen wie gesagt wir wollen wissen die gegend erkunden vielleicht finden wir auch was interessantes oder so mpc doch wäre nice ja das wäre sehr nice und goblin ja ja das ist unser hausgoblin und scharf ja komm ich habe keine schere dabei ich aber ja cool ich brauche leder ihr seht ihr durch hat schon eine rüstung ich will aber keine aus heißen jetzt kann ich von ihm daher ja ich will eine leder rüstung schön in schwarz lack gibt es leider nicht ich wollte mir gerade verkniffen haben also schlafsäcke haben wir mittlerweile ist auch nicht besonders schwierig da hinten ist noch eine kuh ich habe dich genau gesehen auf der minimap wo komm her ich sag's dir hallo ach da oh guck mal hier sogar 34 jawoll ich habe leder drei stück bisher das reicht noch das reicht hinten und vorne nicht juhu okay hier gibt es primus ja aber jetzt drauf ja sogar wird schwere noch nicht nachdem muss ich habe noch eine idee auch nicht ja okay das wäre jetzt aber auch ein bisschen geschichte ja das kann auch sein oh guck mal hier pilz da wie gesagt ich werde nichts machen mit botania den kampf tue ich mir kein zweites mal wie gesagt ich möchte mir vielleicht mal noch so ein ring kraften magnetring oder sowas die richtung ach so ja genau was wir noch gefunden haben hier ich habe mundan ring und mundan amulett unten im dings gefunden und für die zuschauer von dem street ich habe mir schon eine spitzacke aus jelurium gemacht ja genau ob sie die an das heißt wir können auch so ein meteorit sollten wir einen finden davon richtig richtig ich lege mich mal hin mach das ich sammeln hier in der zwischenzeit noch ein paar gärten ab oder hinten sind noch creeper läuft genau in deren richtung ja ich schau mal wo ein totem nee die sind unterirdisch da ist ein totem totem ein totem ja obsidian totem also auch hier und auch hier sind totem ja ein totem was hast du verstanden totem ein toter ein totem ja ein totem habe ich doch gesagt ja aber ich wusste nicht dass hier ein totem ist also ja totem safe off close dann könnte ich dann mal da oben die spitze abbauen welche spitze nee 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 solltest du nicht da hinten habe ich noch eine kuh gesehen kannst du mir das mal erklären was denn wir sind vier der einordentlicher aus dem namen umbauen wenn von der und immer mit so muss man die jetzt eigentlich auch wieder die Tils die ganze direkt benutzen das ist gut ich wollte schon mal bekommen oder ja auch ihr übrigens jetzt macht ja habe ich mit gemerkt danke ich will kühe mensch da sind welche darin oh ja ich sehe so ich sehe so ich habe euch ha 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 kein one hit irgendwie krieg ich das nicht so auf die reihe sag mal kein leder alter trotzdem kein ding ich krieg kaufen da geht es noch mal so runter hier ja ich bin ich bin noch hinter dir ja ich komme zu dir kann sich noch an unser wasserloch erinnern als ich da vorhin zugeschüttet hat also auch so eins weißt du noch eben der totem den ich gesehen habe ja hier ist noch so eins ach cool ja geil hier miniaturausgabe ja sehr klein wobei es kann sein dass es ja okay doch klein nein sogar mehr so hier mache ich mir dann auch noch mal so ein point neu neu totem zwei save auf lose wo ist er jetzt schon wieder das war gemein das war echt gemein oh das bist du ja eigentlich fertig ein goblin trocken die eigentlich auch lieder schade ja ist gut scharf mehr woanders was ist denn das jetzt für ein geiles biome geil von wegen das ist hier dieses zumpf biome was will ich eben erzählt hatte nee das ist marsch das ist so so wasser etagen das ist ja das sieht ja mal fett aus also ich mag das überhaupt nicht ja okay der matsch der stört ein bisschen das recht das ist schon wieder belladonna sieht ja belladonna mama mia belladonna so ungefähr als auf dem kopf hier ja 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 die guten goblins da golems ne wie heißen die ja oh guck mal hier so anwärten hier haben wir ein bisschen kotten immer mit koton 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 oder konton der koton nein 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 das war knapp Jede Gruppe gibt einen Ton. Das sowieso. Alter, das sind immer geile Bäume. Sieht fast aus wie ein Groove oder sowas. Und? Willow. Willowwood. Ich hätte gerne so einen Zapling. Äh, habe ich schon. Hast du schon? Ja. Dann sagst du mir nichts. Wir hätten da auch schon solche Bäume, aber die wachsen nicht so. Da ist schon wieder ein Totem. Ein was? Ein Totem. Ein was? Leck mich mal an die Füße. Sind die sauber? Ne. Dich nicht. Guck mal hier, ich lauf gerade durch den Matsch. Dann fragst du mich, ob meine Füße sauber sind. Weckse ich nicht? Oh. So. Ähm. Nochmal. New. Totem. 3. Safe. Wir haben auch ganz viele Zunftbierungen und so weiter, ne? Mhm. Schön. Fast. Der hat schon wieder eilig, der Typ. Ja, da hinten ist eine Kuh. Das glaubst du. Zwei Kühe auf dem Baum. Die können wir nicht mal abholen. Das ist eigentlich ein Widerspruch an sich. Zwei Kühe auf dem Baum. Ja. Warum? Kennst du den Witz nicht? Ne. Sitzen zwei Kühe auf dem Baum und strengen Joghurt. Kommt ein Kühlschrank vorbei, sagt die eine Kuh ja auch schönes Wetter, ne? Was? Was? Ja, genau. Das ist so ein Anst. Was? Ja. Sag bloß den kennen sie nicht. Ne, kenn ich echt noch nicht. Ja, das ist so ein Anti-Witz. Ja, das heißt, es ist mir dann jetzt auch schon mal bewusst geworden. Ja, also. Ey, hier sind vielleicht Schafe unterwegs. Hm. Kannst du ja denen anschließen. Ne. Oh, da ist ein Hexenhaus. Oh, krass. Also, von Virtuey. Ja. Pass bloß auf, dass da dir ja nichts passiert. Das zeig ich dir. Ah, die kommen und wir schreiben nicht an. Ach so, okay. Ne. Hi. Steckpot. Was denn? Äpfel. Ja, sauber. Ah, guck mal hier. Ja, die haben wir da reingetan. Die haben wir da reingetan. Die haben wir da reingetan. Ach so. Was hab ich denn da jetzt noch? Kuriliv, okay. Kühe. Hallo, Kühe. Ja. Sag mal. Willst du mir das ganze Leder klauen oder was? Ich doch nicht. Ja, komm, gib her hier. Danke. Weißt du, Scheiße, Fleisch, Leder ist das Wichtigste. Ja. Ich hab 28 Fleisch. Ach so, ja, hier. Das Zeug, was ich gerade so nicht reinpfeife, das hat mir der doch schön gecraftet. Jo. Den Hut kannst du gerne haben. Oh, da hinten ist ein Vulkan. Ja, ich hab's gesehen. Cool. Da können wir uns... Was sagst du? Ja, passt zu dir. Ja, danke. Sag mal, was hättest du denn sonst erwartet, ne? Nichts, ne? Nichts anderes. Also eigentlich nur ein Dachanfall. Mhm. Nö. Den Hut kenne ich ja. Ach, das ist hier sogar ein Vulkan von Project Red. Ja. Da kann man eigentlich auch mal irgendwann so Basaltsteine und sowas kloppen, ne? Wenn du mal einen Hammer hast, den du hier leveln willst, ne? Äh, geht ja nicht. Leveln geht ja nicht. Ach so, ja, stimmt. Ach, ja. Ich bin jetzt noch so gewohnt mit dem Leveln. Mhm. Weißt du, dann machen sie so einen Expert-Modus, aber dann kannst du nicht mal die Werkzeuge leveln. Mhm. Das ist auch geil, ne? Läuft einfach nur da runter. Ja. Naja. Ähm. Guck mal da rüber. Wir sind ein Redwood-Tree. Ähm. Was? Wir sind ein Redwood. Vulkan. Jo. Los. Alter! Ach! Das ist so einer. Jo. Also besonders interessant ist es hier nicht, ne? Muss ich sagen. Ah, da drüben ist auch ein Plätspiegum. Das ist eine gute Chance für ein, ähm... Village. Genau. Okay. Mal gucken. Vielleicht mach ich mir auch nicht weh, wenn ich hier runter falle. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jawoll! Den ist schon mein Herz geschafft. Danke. Weißt du, was ich auch sehe? Was denn? Hier so ein Kühe. Och ja. Cool. Ich brauch noch ein bisschen Leder. Wo ist er denn? Ach da. Was denn? Was hast du denn wieder gesehen? Nix, nix. Aha. Klar. Deswegen macht man auch... Ne? Oh ne, Rosé. Geil. Das hatte ich gesehen. Ja, danke. Mensch, ich wollte... Ich wollte mir die grad so hinschubsen, dass der Netz hier runterfällt. Ja, und ich wollte das schon versauen. Aha. Geh mal her, das Leder. Ich hab kein Leder. Ja, klar. Danke. 21 haben wir jetzt. Oh. Sehr gut. Ganz ehrlich, für so ein bisschen safter, den du auch den Bären machst, sie in eine halbe Kräule kämen. Zweieinhalb? Ja. Weil das hängt auch nach wie... X. Ja, haben wir da irgendwas? Ne, ne? Sieht nicht so aus. Oh, da hinten ist noch eine Schleiminsel. Ui. Mh. Können wir ja vielleicht irgendwann mal so ein Kingslime finden. Ne, ne, ne. So ein Kingslime? Naja, die... Die tauchen da ja immer auf. Jaja, klar. Klar. Ey. Nicht immer in meinen Weg rein spucken. Hm? Ja, genau. Oh, Pumpkin. Haben wir schon, ne? Ja. Das bist du schon wieder. Ah, Industrial Ham. Hier ist der Aubernode. Ja, da guck ich mal, da guck ich mal bei uns in der Gegend. Modgem halt. Weil soweit richtig nicht losgehen müssen. Weißt du, ich will dann ja noch einmal weiterhelfen? Ja. Ey, geil. Das ist Lavendelbiom. Lavendelbiom? Ja. Kennst du das nicht? Ne. Komm mal mit. Hm, warte mal. Äh. Ja, ich stehe mir jetzt mal schlafen. So, safe. Auf, los. Alter. Ich werd so viele Waypoints haben. Oh, cool. Ich hab meinen Hut gefunden. Warte, warte, warte. Wo ist er da? You're a wizard, Klaus. Ja. Nenn mich Merlin. So, wo? Achso, da hinten ist Lavendelbiom. Cool. Und da rechts ist so ein Eldridge Altar. Eldridge Altar? Ja. Altar? Altar! Wo Altar? Da Altar. Achso, da. Äh, da. Ja. Ja. Mhm. Ich glaub, da gehen wir nicht zu nah dran, oder? Ach. Ich hab gehört, du tankst? Ja, klar. Das einzige, was ich tanke, ist Diesel. Wie mein Auto. Ja, der war sehr schlecht, ich weiß. Boah. Hm. Alter, was ist denn hier los? Was? Ich hab Vortrieb. Hungry Note. Ach, fuck. Ich hab eben schon gedacht, was springt denn da rein? Ich geh schon in Game Mode. Ist weg. Die, die, die Dinger kannst du auch gleich, äh, zerstören. Ja. Mann, Mann, Mann. Jetzt haben wir gedacht, wir haben die wirklich abgeschaltet. Ja, doch nicht. Ah. Hm, hm. Weiß ich so. Hä? Fällt mir gerade ein. Schöne gut, dass auf dem Server ausgeschaltet ist. Brinkt er jetzt nicht wenig, wenn es dann, ähm. Achso. Ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Hm. Aber warte mal, das ist jetzt ein neugeneriertes, äh, neugenerierter Chunk. Der müsste eigentlich... Stimmt. Naja. Du kannst ja gerne auch die Konfigur anschauen. Ich hab's aber offiziell auch auf nur... Ja, ich glaub's dir. Ich glaub's dir, ja. Ich glaub's dir, ja. Ein bisschen Laval nehm ich mir auf jeden Fall weg. Vanille? Lavendel. Lavendel. Für was kannst, kannst du den nutzen? Utils. Geil. Purple. Soulbound One und Flimflamme 1-4. Enchantments, ja cool. Flimflamme, macht bestimmt Spaß. Mhm. Was weißt du warum? Äh, weil ich das mache, wenn ich das erstmal anderes hab. Du machst dir Flimflamme irgendwo drauf, oder was? Ja, natürlich. Eieieiei. Kannst du dir vielleicht für unseren, äh, nächsten Mitspieler aufbewahren? Oh stimmt. Weil ich kenn's ja. Jetzt weiß ich nicht, ob der das schon kennt. Das ist eine gute Idee. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Oh, das wird lustig. Ja, bestimmt. Kühe. Kühe, wo? Da. Oh ja, hier. Warte, jetzt hör mal ein bisschen geweckt. Na sowas. Bei dir da. Mensch, lass die mich doch schlachten, verdammt nochmal. Wieso denn? Weil. Ich trau dir nicht. Weil die ist schon, ne? Ich trau dir nicht. Boah, dat ist ja mal geil. Was denn? Hier drüben das Biom. Ach, da ist er. Muss mir schon sagen, wo du bist? Ja cool. Ich stehe zwei Meter neben dir. Du kommst dir vor wie in Holland. Leute sind das. Flowerfield. Ja, schöne gute Tage. Wir sind da, wir sind da hier in Holland. Ich würde Gas essen. Ja, du wirst jetzt vielleicht lachen, aber ich habe letztens mal bei meinen Abonnenten reingeguckt und habe gesehen, da ist ein Tolländer, der, boah, den Namen kriege ich jetzt nicht hin. Irgendwie so der gewählte Käse oder sowas. Der gewählte Gas. Und der hat mich abonniert. Und der hat selbst über 6000 Abonnenten. Alter. Hm. Nicht schlecht. Ach, der spielt auch FTP Infinity Evolved. Ja, geil. Ja. Weiß halt, ich glaube wieso. Was? Immersive. Du hast immer die Immersive gemacht. Bei TPP. Ach so. Und das kann sein, ja. Ist auch noch ein ziemlich bekannter Mod. Das kann sein, ja. So. Ah, Kühe. Ich habe Kühe gefunden. Und ich glaube, ich habe hier einen Dschungel gefunden, oder? Nee, das ist kein Dschungel. Ach, da ist hier schwarze Eiche. Mitnehmen, mitnehmen. Dann können wir bei uns noch so ein paar... Oh, Lava. Können wir bei uns noch so ein paar Lava. Nein, nicht verbrennen. Wie viel habe ich denn jetzt? 23 Leder? Ja. Hier ist Dark Oakwood. Ah, cool. Ah, hier ist noch eine Node. Hallo. Ja, auf Nodes Jagd gehe ich dann irgendwann mal offcam und gucke dann auch bei uns in der Gegend. Ob man da wieder was findet. Aber da haben wir noch eine Node. Das ist ja echt scheiße. Ja, das ist echt kacke. Naja. Ähm. Wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Ja, ich brauche hier gerade so einen Baum ab. Ja, wo? Wo bist denn? Seh dich nicht mehr auf der Map. Äh. Ja, weil das Schiff zu halten. Ach so. Okay. Alter, hier sind ein paar Blumen. Das ist das ganze Inventar voll Blumen. So, äh. Weg. 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 Mystical Magenta. Ach komm. Weg. Red Dolib. Mystical White Flower. Hm. Habe ich glaube ich auch schon. So. Ah, hier ist es ja noch. Hm. Ja, geil. Juhu. Kommt her, ihr Tintensäcke. Was? Ja, hier. Ist gut. Also. Ich kann dich unter Wasser hören, wie du einen Baum abfällst. Ist geil, oder? Und jetzt bist du gefallen. Habe ich genau gehört. Nein, ich schon nicht. Ich bin Profi. Habe ich genau gehört. Ich bin ein Profi. Profis fallen nicht. Ja, klar. Oh, Herrbraten. Was habe ich denn da jetzt? Boah, Senf und Ginger. Ja, cool. Ja, und die Folge hat es hinter sich. So was, ne? Ich würde sagen, noch mal hinterher. Wir machen noch ein bisschen mehr Runden. Ja, klar. Gut, aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Gehabt euch wohl. Haut rein. Und wir sehen uns dann. Oh. Zugehörterwort. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.